Hallöchen, ich wollte nur einmal schnell Bescheid sagen, ihr seht schon verschoben auf unbestimmte Zeit, der Geburtstag Stream, ja ich hab heute Geburtstag, ist aber, ich krieg heute den Stream nicht mehr vorbereitet und nix, ich hatte bis eben Überraschungsbesuch, meine Eltern waren da, gar nicht mit gerechnet, war nicht geplant, darum fällt der Stream heute aus. Den verschiebe ich jetzt auf, ja morgen wird es nix, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder erst nächste Woche, das Wochenende, also nächsten Samstag, Sonntag, mal gucken wann ich es zeitlich schaffe, heute wird es nix mehr, ich müsste entschuldigen, ist halt so, kann ich leider nichts anderes machen, ich krieg das hier nicht mehr auf die, in dem Sinne fertig aufgebaut und alles, auch nicht auf später verschoben, Das mache ich heute nicht mehr. Gut, wollte ich euch nur Bescheid sagen, nicht, dass ihr hier wartet, wie blöde, dass der Stream startet, heute startet er auf alle Fälle nicht. Wann ich ihn mache, weiß ich nicht, ich lasse ihn so stehen, ich ändere nur nochmal die Zeit, ich stelle ihn jetzt gleich mal um, auf nächste Woche Samstag, könnte sein, dass er aber vorher kommt, also einmal mal wieder reingucken. Okay, bis dann, tschüssi.